Hallo YouTube. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für etwas Klimawandel. Hatten wir schon länger nicht mehr. Und zwar habe ich mir angeschaut, woher kommen die 99% der Wissenschaftler, die sich da angeblich einig sind. Also viele von euch werden es wissen, lange Zeit hieß es immer 97% werden sich einig und inzwischen ist man bei 99%. Und ich habe mir einfach die Studie jetzt mal angeschaut, die das behauptet. Und diese Studie, die ist eben hier erschienen, Skeptical Inquirer. Allein das finde ich schon interessant, diese Zeitschrift, Skeptical Inquirer, habe ich mir erst einmal die angeschaut. Und zwar ist das eine Zeitschrift aus der Skeptikerbewegung. Also die Skeptikerbewegung, die habe ich schon öfter erwähnt und die erwähnen zum Beispiel eben auch Dirk Pohlmann und Markus Fiedler gerne. Das sind eben im Endeffekt die Leute, die hinter Psyram stehen und so. Das sind die Skeptiker. Finde ich schon mal zum Beispiel sehr seltsam, wenn dann eben ein Dirk Pohlmann sich ausgerechnet darauf beruft, auf diese 99%, weil das genau aus dieser Ecke kommt, über die die ja eigentlich immer sehr schimpfen. Von wegen Verleumdungen auf Psyram und so. Wobei natürlich der Skeptical Inquirer im Gegensatz jetzt zu Psyram nicht anonym ist. Die Thematik ist die gleiche. Also ursprünglich ging es darum, dass man alles Mögliche an Parapsychologie und Homöopathie und alles, was halt nicht hundertprozentig wissenschaftlich anerkannt ist, dass man das ja schlecht redet. Also das ist eben eigentlich ja der Ursprung der Skeptikerbewegung. In Deutschland ist das ja hauptsächlich die, wupp, habe ich auch schon mal was drüber gemacht, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und die haben sich halt inzwischen immer mehr darauf verlegt, dass sie sich um Verschwörungstheorien oder eben auch um Sachen wie Klimawandel kümmern. Also um Sachen, die einfach, ja, umstritten sind wissenschaftlich. Und die fahren halt dann immer ganz knallhart die Mainstream-Linie. Also aus dieser Ecke stammt dieser Artikel mit den 99% der Wissenschaftler, die sich einig sind über den globalen Klimawandel. Was steht jetzt drin in diesem Artikel? Vor allem kritisiert er erst einmal diesen 97% der Wissenschaftler sind sich einig, Artikel von Cook. Und was er daran zu kritisieren hat, ist, eins kann ich sogar nachvollziehen, vor allem was der alles aussortiert hat. Also dieser Cook hat insgesamt fast 12.000 Artikel sich irgendwie grob angeschaut, beziehungsweise wohl von Studenten anschauen lassen, hat dann von denen, also er hat sich darauf angeschaut, ob da irgendwas zum Thema Klimawandel drinsteht. Und dann hat er von diesen 11.000 Artikeln, ich glaube 7.000 oder sowas aussortiert, weil da jetzt keine spezielle, spezifische Aussage zu diesen Artikeln drin war. Also übrig geblieben sind dann, ich weiß nicht, 4.000 Artikel und in diesen 4.000 Artikeln, ach das Ganze ist noch recht kompliziert gewesen, irgendwie hat er dann noch Umfragebögen verschickt, aber auf jeden Fall, es wurden dann halt immer weniger Artikel und von diesen wenigen Artikeln, die dann am Schluss übrig blieben, waren sich 97% behauptet er einig, dass es einen globalen, durch Menschen gemachten Klimawandel gibt. Wobei man da auch kritisieren kann, dass zum Beispiel schon mal der Anteil des Menschen überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Also ist der Anteil des Menschen am Klimawandel, wenn es ihn überhaupt gibt, ist er 1% oder ist er 100%? Das wurde in dieser Cook-Studie schon mal überhaupt gar nicht gefragt. Gut, aber was er jetzt daran kritisiert, ist unter anderem, und da finde ich hat er sogar recht, wenn ein Autor, sagen wir mal 5 Artikel geschrieben hat, die sich irgendwie mit Klimawandel beschäftigen und in 4 von diesen Artikeln hat er jetzt keine Meinung geäußert, ist er jetzt Mensch gemacht oder nicht, dann hat der Cook praktisch diese 4 Artikel aussortiert und er argumentiert jetzt eben, ja, aber im 5. Artikel haben wir ja eindeutig die Meinung von diesem Wissenschaftler und damit wissen wir, der ändert seine Meinung ja nicht mit jedem Artikel, damit wissen wir, dass dieser Wissenschaftler der Meinung ist, es gibt einen globalen Klimawandel durch den Menschen verursacht. Damit finde ich, soweit hat er noch recht. Aber wo es jetzt eben hochproblematisch wird, Putting all this together, I argue that we can judge the extent of the consensus by the number of articles that explicitly reject AGV, also das heißt Menschen gemachten Klimawandel. Cook et al. found 78, 0.7% that did so. From that one can infer that the authors of 99.3% of the articles in the Cook et al. database accept, also den Klimawandel. This would be the average over the 20 years of the survey. More recently the percentage of acceptance has grown even higher. Also er sagt, dass man den Klima, den Konsens des Klimawandels daran ablesen kann, wie viele von den Forschern ganz ausdrücklich ihn ablehnen. Und da kommt er, oder da bei Cook kommt er auf 0,7%. Also er meint, jeder Wissenschaftler z.B. würde sich die Finger lecken, wenn er den menschgemachten Klimawandel widerlegen könnte. Und deswegen würde mit Sicherheit jeder sofort schreien, Halt, nein, ich kann beweisen, dass es den nicht gibt. Und ja, das ist natürlich einfach Blödsinn. Er lässt praktisch nur diejenigen gelten, die ganz ausdrücklich sagen, es gibt keinen menschgemachten Klimawandel. Und alle anderen zählt er als Zustimmung zum menschgemachten Klimawandel. Also ihr müsst euch das mal so vorstellen. Wir können, sagen wir mal, wir nehmen 100 Zeitungen und wir haben jetzt die These, Angela Merkel ist eine super Kanzlerin. Und dann suchen wir alle Artikel raus, in denen irgendwas mit Angela Merkel steht. Und jeder, in dem nicht drin steht, Angela Merkel ist eine beschissene Kanzlerin, jeden, wo das nicht drin steht, zählen wir als Angela Merkel ist eine super Kanzlerin. Da werdet ihr auch 99, irgendwas Prozent der Artikel kriegen, die sagen, Angela Merkel ist eine super Kanzlerin. Einfach, weil das normalerweise die Leute, die Journalisten nicht reinschreiben werden, Angela Merkel ist eine scheiß Kanzlerin. Das werdet ihr ganz selten mal in irgendeinem Meinungsartikel finden. Aber in 99 Prozent der Fälle werdet ihr das eben nicht finden. Und genau das Gleiche ist eben das mit diesem menschgemachten Klimawandel. Also 99 Prozent, das ist völlig logisch, sagen nicht ausdrücklich, nee, den gibt es nicht. Sondern die beschäftigen sich eben mit ihrem direkten Thema. Was weiß ich, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal, die Wirkung von Vulkanausbrüchen auf den Klimawandel oder sowas. Und dann werden sie nicht ausdrücklich noch unten drunter schreiben, ja, aber einen menschgemachten Anteil gibt es nicht. Und einfach, also er dreht praktisch einfach das Ganze um. Überall, wo nicht diese eine Aussage drinsteht, das zählt er als Bestätigung. Und das ist völlig albern. Ihr könntet auf die Art auch beweisen, dass fast alle Menschen Hunger haben. Und zwar, ihr sagt einfach, jeder, der sich nicht hinstellt und sagt, ich bin satt, hat Hunger. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach eine unzulässige Schlussfolgerung. Man dreht von aktiv ins Passiv. Also, wenn euch wieder jemand mit den 99 Prozent kommt, dann könnt ihr ihm das so erklären, dass das einfach völliger unzulässiger Unfug ist mit dieser Studie. Ich verlinke sie euch auch unten, dann könnt ihr euch das selber anschauen, wenn ihr wollt und gut genug Englisch könnt. Wenn eben zum Beispiel mal wieder ein Dirk Pohlmann damit ankommt, dann könnt ihr ja auch mal dezent den Skeptical Inquirer erwähnen, wo das erschienen ist. Soweit, so gut. Schönen Abend, YouTube.